Moin Moin Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Raketensortiment Testvideo Nautilus von Jorge. Acht Stück Raketen haben wir hier enthalten. Wir haben hier verschiedenste Sortierungen. Wir haben hier blau, goldene, grüne und rote Feinbar drin, je zwei Stück. Insgesamt acht Raketen an der Zahl NEM liegt bei 128 Gramm, also durchaus ordentlich. Ich bin gespannt, ich hatte die mal vor Ewigkeiten, jetzt wirklich schon viele Jahre nicht mehr. Ich freue mich, die jetzt mal wieder zu testen, die Nautilus von Jorge und ja, ich hätte gesagt, wir starten direkt, auf geht's, viel Spaß. Das Raketensortiment, bei einer gelben hat leider die Zündschnur irgendwie gefehlt, das war ein bisschen ärgerlich, aber gut, wir fangen mal an mit den roten. Ja, war schon mal ganz schön. Zweite, der. Okay, die wollte nicht. Beziehungsweise ist dann ganz spät explodiert. Okay, grüne hinterher. Sehr, sehr schön. So, die zweite grüne. Sehr, sehr schön mit dem Glitzergold. So, dann machen wir jetzt die eine gelbe. Schade, dass da bei der zweiten die Zündschnur gefällt, weil die hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Effekt her. Dann haben wir noch die beiden blauen. Starten wir mal mit der ersten. Ja, war ganz schön. Und die letzte noch. Sehr, sehr schön. Ja, doch, also im Großen und Ganzen ein schönes Raketensortiment. Natürlich mit der einen, die jetzt da dann irgendwie erst am Boden gefällt, explodiert ist ein bisschen ärgerlich und das bei einer eine Zündschnur gefehlt hat. Aber alles in allem trotzdem ein sehr, sehr schönes Sortiment von Jorge. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.